Roland Kaiser feiert das 20. Jubiläum seiner Kaisermanja-Konzerte in Dresden. Mit fünf ausverkübten Shows begeistert der Schlagerstar seine Fans mehr denn je. Gleichzeitig veröffentlichte er neue Perspektiven, eine erweiterte Version seines Albums Perspektiven, das letztes Jahr Platz 1 der Charts erreichte. Die neue Auflage enthält fünf neue Songs sowie zwei Bonus-Drucks in der limitierten Fun-Magazin-Variante. Mit gut, dass ihr da seid, bedankt sich der Ein- und 70-Jährige bei seinen treuen Fans. Auch im kommenden Jahr gibt es Grund zum Feiern, denn Roland Kaiser plant seine RK50-Jubiläumsturne. Unter dem Motto 50 Jahre, 50 Hits, wird er in verschiedenen Städten auftreten und seinem Publikum unvergessliche Konzerte bieten. Ein phänomenaler Erfolg für den Grenzergneuer des deutschen Schlagers.